Es gibt nicht viel zu sagen. Wir müssen halt anfangen, zu Hause auch mal von Anfang an da zu sein, so wie gegen Schalke und nicht erst in der zweiten Halbzeit teilzunehmen. Ich kann nur sagen, dass wir auf jeden Fall bis zum Ende gekämpft haben. Also die erste Halbzeit war ein bisschen schwer. Natürlich war es schwierig, denn der Holstein-Key ist auch eine sehr gute Mannschaft, sonst würden die nicht oben stehen. Wenn ich sehe, dass da ein Mann fehlt, dann muss ich halt als Nächster da rausstechen und den Schuss schon versuchen zu blocken oder zu attackieren. Dann ist es natürlich schwer auf den zweiten Ball, wenn da drei Leute hinlaufen. Aber das ist nicht spielentscheidend. Spielentscheidend ist, dass wir von Anfang an da sein müssen, das Spiel versuchen kontrollieren zu müssen, defensiv unsere Läufe machen und kompakt stehen. Wir waren heute von Anfang an die etwas passivere Mannschaft, schlechtere Mannschaft und dementsprechend brauchen wir uns nicht beklagen, dass wir hier wieder mit leeren Händen stehen. Ich würde das Tor auf jeden Fall verteidigen, weil ich wollte hier nicht mit einem 0-2, also noch ein Gegentor, hier in der Heimkulisse nach Hause gehen. Wir haben da einen Sieg geholt und jetzt wollen wir auch das nächste Spiel da gewinnen. Jetzt können wir, glaube ich, rechtzeitig früh gegen die nochmal gespielt haben oder vor kurzem, können wir das nochmal besser analysieren und die kleinen Fehler korrigieren, die wir vorher gemacht haben und ich freue mich auf die nächste Woche. Wir sind allein den Fans schuldig, die jetzt nochmal nach Magdeburg kommen, ein anderes Gesicht zu zeigen wie heute und am Ende die drei Punkte mitzunehmen und allen dann eine schöne Weihnachtszeit zu wünschen. Vielen Dank.